Ja, ich habe dann noch mal wieder ein bisschen umgebaut hier an dem MB-Track. Und zwar habe ich hier noch Scheinwerfer gekriegt, die dann auch leuchten, wenn ich anmache. Und dann habe ich auch noch zusätzlich einen anderen Verein gebaut, der von der Fernsteuerung ausbedient wird. Ich zeige ihn mal eben. Hier ist das andere Zahnrad. Da drin ist ein Freilauf, das hier stehen bleibt, wenn der Motor anspringt. Hier ist ein Brachschlussmotor. Der zugehörige Regler ist das hier, wird auch von der Fernsteuerung bedient. Dieser Brachschlussmotor treibt über dieses Zwischenzahnrad dann dieses Hauptzahnrad an. Und somit ist dieses Ziehen, was ich hier hatte, der Zuchtstatus entfällt. Die Krämer geht es gar nicht. Sonst habe ich nichts geändert hier. Ich musste natürlich auch den Ventilator, der saß hier an der Seite, den habe ich jetzt hier oben drauf gesetzt. Die Zusatzkühlung. So. Ich anmache den Leuten auch dieser Ventilator hier. Das hat ja schon mal geklappt. Das hat ja schon mal geklappt. Das hat ja schon mal geklappt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.